Keine Mauer mehr, die unser Land jahrzehntelang brutal in Ost und West zerschnitt. Familien endlich wiedervereint. Freiheit und Demokratie für alle Menschen in Deutschland. Das alles bedeutete für uns Deutsche die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Dass unser Land wieder eins werden durfte, verdanken wir unseren Freunden, gerade unseren östlichen Nachbarn in Europa. Sie waren es, die uns damals die Hände reichten. Heute, angesichts Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine, sind wir es, die nun die Hände ausstrecken, die an der Seite der Menschen in Mittel- und Osteuropa stehen. Wir treten ein für eine Welt, in der alle Menschen und Nationen frei, sicher und selbstbestimmt leben können. So wie unser Land.